ja liebe leute was geht und willkommen zu einem video das ist nur eine kleine info denn ich habe gesagt sobald es offiziell bekannt ist werde ich über berichten und nun ist es so es geht um die gamescom 2019 man kann offiziell die tickets für die gamescom kaufen dazu sucht ihr immer bei google gamescom tickets 2019 und kauft diese dann im offiziellen gamescom tickets shop da könnt ihr die early bird tickets das sind die preise für die vorfall stellen könnt ihr die kaufen da gibt es tageskarten insofern ihr noch unter 18 seid und die schule besucht bekommt ihr sogar die ermäßigten tageskarten die könnt ihr dann über diese seite kaufen ist irgendwie jetzt gar kein sponsern oder so ist tu es nur informieren damit ihr wisst was sache ist da könnt ihr eure gamescom tickets kaufen für mittwoch donnerstag freitag und samstag werden die karten angeboten es gibt sogar so genannte so genannte pre-entry tickets das heißt da kommt ihr mittwoch und donnerstags eine stunde früher rein als die anderen ist ganz cool wenn ihr unbedingt welche spiele anspielen wollte und davon nicht lange warten wollt kosten darf auch über das doppelte ich werde es hauen ob es durch meinen youtube-sendel irgendwie an pressetickets dran kommen ich bin noch nicht sicher wenn nicht werde ich definitiv auch tageskarten kaufen aber vielleicht kommen sie auch an pressetickets muss es noch was hauen aber das eben nur aus informationen zu eis man kann jetzt sind die tickets kaufen und ich rate aus auch kauft die jetzt vor solange die noch tickets haben weil in paar wochen sind ja ausverkauft und ich würde euch nicht raten die an der tageskarte zu holen die gibt es zwar auch aber den ersten ist billiger und desweiteren nur solange der vorrat reist es war ist bei einem freund der hat es nicht mehr pünktlich geschafft und hat für den samstag keine tickets mehr bekommen gehabt weil die samstag draußen aus waren vor allen tages hund für samstag nicht und da musste er zum samstag eine tageskarte kaufen war ein bisschen blöd weil die eben sehr teuer waren und er hat zwar noch eine bekommen musste aber lange vor ort dann anstehen deshalb leute wenn ihr tickets wollt bestellt ihr euch frühzeitig vor und bitte nur in dem offiziellen gamescom shop kauft die nächste bei ebay oder über irgendwelche anderen seiten die werbung machen dass die gamescom tickets verkaufen würden denn die tickets sind personalisiert spress es nützt euch nichts wenn ihr bei ebay gebraucht tickets kauft wenn es keine mehr gibt oder so dann lässt euch das rein kontrollieren das mit einem ausweis ob ihr der eigentum vom ticket seid also ob ihr der typ seid der auf den namen vom ticket draufsteht also über den gamescom seite konnte die appels offenziale tickets kaufen macht es wirklich früh genug damit ihr noch welche bekommt von mittwoch donnerstag freitag und samstag gibt es die tickets ich werde mich heute abend auch mal hinsetzen zauern ob es ein preisiges dran kommen wenn nicht werde ich mir auch die normalen tageskarten holen ich hoffe ihr seid diese dabei auf der gamescom ich weiß definitiv das war es nur mit einem kleinen info video wir sehen uns auf der gamescom dann macht's gut liebe leute und ciao oh